Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Depot-Update. Ja, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und wir schauen uns heute mal am Mittwoch mein Depot so an. Lief relativ gut, wie ihr schon sehen könnt. Und vorab sei natürlich, wie in jedem Video gesagt, das ist keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung. Alles, was ich sage, ist, wenn da meine persönliche Meinung und falls ihr in Aktien, ETFs, Kryptowährungen oder sonst was investieren möchtet, dann informiert euch bitte mal selbst und investiert nur das Geld, was ihr wirklich zur Verfügung habt und eben nicht gerade für Lebensmittel, Miete oder Sonstiges benötigt. Ihr könnt mich auch gerne unterstützen, wenn ihr das möchtet und euch ein Depot unter den unten stehenden Links eröffnen, äh, über den unten stehenden Links eröffnen. Und ja, würde mich auf jeden Fall extrem unterstützen. Ja, wenn wir hier mal so drüber gucken, ähm, dann sehen wir hier 7.837 Euro. Gerade der Depot-Wert so grob, es bewegt sich ja gerade noch, weil die Börsen noch offen haben. Ähm, auf den heutigen Tag betrachtet ein Plus von 0,95 Prozent oder, ähm, circa 74, 75 Euro. Und, äh, ja, wenn man hier mal so drüber fährt oder nach unten scrollt, dann sieht man, hier ist einiges im positiven Bereich, auch ein bisschen was im negativen Bereich und genau. Was ich heute tatsächlich komisch fand, ich habe hier eine Mitteilung bekommen, das war irgendwie, äh, Gutschrift von LTC Properties und, äh, Realty Income stand dann auch was und dann wird das wieder ausgebucht, wo ich mir so dachte, hm, naja, ich habe ja die Aktien gar nicht. Also, sehr, sehr seltsam fand ich das auf jeden Fall. Aber schreibt mal gerne in die Kommentare, ob euch sowas auch mal passiert ist oder nicht. Also, schon sehr komisch. Ähm, ja, es ist vor allen Dingen hier gegen nachmittags, gegen 15.30 mit Start der US-Börsen, schon schön angestiegen und wie gesagt, gerade ungefähr, äh, fast 1% im Plus. Beginnen wir mit Biontech. Heute, äh, ein kleines Minus. Hier war es ja, oder beziehungsweise die letzte Woche war ja ganz gut. Ähm, insgesamt hier noch 44% im Minus. Mein Buy-in hier bei 286 Euro. Und, ähm, ja, was gibt es hier Neues? Können wir auch mal gucken. Können am 8. August die Geschäftszahlen, ansonsten, ähm, ja, andere Impfstoffe betreffend. Äh, Lauterbach wirbt für breitere Viert-Impfungen gegen Corona. Das war jetzt so die letzte Woche. Viel im Gespräch. Ähm, US-Gesundheitsbehörde empfiehlt Impfstoff von Novavax für Erwachsene. Ich meine, Novavax war ja der, ähm, der Totimpfstoff. Ähm, glaube ich. Ich bin mir, nagelt mich nicht fest. Ich bin mir gerade nicht sicher. Aber, ja, so viel auf jeden Fall dazu. Alles ums Thema Impfen und Impfen und so weiter. Und, äh, die durchschnittliche Analystenbewertung liegt hier bei 240 Euro. Wäre auf jeden Fall unter meinem Buy-in. Mal schauen. Wie gesagt, vielleicht kaufe ich hier mal nach. Vielleicht auch nicht. Wer weiß. Der letzte Monat hier auf jeden Fall sehr gut gelaufen. Lockheed Martin, heute auch einen guten Tag. 1,6% plus gemacht und insgesamt hier 32% im Plus. Tesla, ähm, ja, 0,86% plus gemacht. Äh, 42,54% insgesamt im Plus. Ich hatte heute irgendwelche Meldungen gelesen, dass, äh, Elon Musk, ähm, im Urlaub ist. Tatsächlich, momentan lese ich irgendwie ziemlich viele Meldungen rund um Elon Musk. Ich weiß nicht, ob mir das nur jetzt so extrem auffällt oder ob das davor auch schon so war. Ähm, keine Ahnung. Aber, äh, ja, hat jetzt natürlich nichts mit dem Unternehmen zu tun. Ähm, ja, an sich, hier gab es vor einem Tag, äh, die Meldung, dass, äh, die Verbraucherzentrale Tesla verklagt. Und, äh, Deutschland eben Batteriezellzentrum werden könnte, was natürlich gute Nachrichten wären. Ähm, sofern das natürlich dann irgendwann feststeht. Ähm, aber ja, das ist so die letzte Meldung rund um Tesla. Hatte ich auch gestern ein Video zu gemacht. Ja, LVMH, ähm, 0,76% gerade im Minus, 13,44%. Achso, bei Tesla sei natürlich noch gesagt, heute gibt es, oder heute gibt es Geschäftszahlen. Also sehr spannend. Ähm, ja, wie gesagt, LVMH hier eigentlich, ähm, nichts Neues. Ähm, bin hier immer noch, wie gesagt, 13,44 im Minus. Unilever, ein kleines Minus gerade, insgesamt hier 2,28 noch im Plus. Ähm, British American Tobacco heute ein Minus gemacht, aber auch hier fast 26% im Plus. Okta ist super angestiegen. Ich weiß gar nicht, gab es hier, nee, Geschäftszahlen gab es hier auf jeden Fall nicht. Ähm, weiß ich tatsächlich gerade nicht, warum oder woran das liegt. Auf jeden Fall über die 100-Euro-Marke. Und hier nur noch, in Anführungszeichen, 53% im Minus. Ähm, Allianz. Ja, ein kleines Minus von 0,37%. Insgesamt hier 9,12% im Minus. Nel Azar sind ja gestern so gut angestiegen. Und, äh, ja, 22,7% insgesamt hier im Plus. Fade Therapeutics sieht auch super aus. Insgesamt hier aber nicht so toll. 43,66% im Minus. Visa, ein kleines Plus. Und auch hier fast 10% im Plus. Novo Nordisk, äh, 28% circa im Plus. Walt Disney ist über die 100 Euro wiedergekommen. 30, fast, äh, 31%, äh, aber hier noch im Minus. Ähm, Meta-Plattforms, auch schön angestiegen hier, auch 33% im Minus. Carnival lief auch echt extrem gut. Ähm, ja, aber fast 50% hier noch im Minus. Blackrock steigt gerade super an. Ja, 17% hier noch im Minus. Adobe lief auch super. Hier 21% im Minus. Cisco Systems, ähm, ja, 8% nur noch im Minus. Also es ist alles auf jeden Fall noch verkraftbar. Zalando 65% im Minus. Ist natürlich nicht sehr schön. Redfin ist super angestiegen. Hier aber auch 77% im Minus. Biko Group, 4,16% und hier 91%, äh, fast 92% im Minus. Ja, sie waren ja Platinum, ist nicht viel passiert. Und ja, ein Apple-Anteil, den ich habe hier, fast 3% im Minus. Ja, nicht investierter Betrag 23,67 Euro. Also kam jetzt irgendwie diese mysteriösen, ähm, Dividendenzahlungen hinzu. Und dann wurde wieder was abgezogen. Also sehr, sehr seltsam auf jeden Fall. Ich weiß nicht, also ich weiß auch nicht, wann ich Realty Income und, ähm, LTC Properties das letzte Mal im Depot hatte. Also ich hatte die beiden Aktien auf jeden Fall mal im Depot, das weiß ich noch. Ähm, aber ich wüsste nicht, warum ich jetzt irgendwie ein, zwei Jahre danach eine Meldung bekomme und eine Dividendenzahlung. Also, ja, wie gesagt, sehr, sehr, sehr seltsam. Falls ihr so ein Problem mal hattet, dann, ähm, sagt gerne mal Bescheid. Äh, ich wollte die Tage auch mal wieder ein Bondora-Update drehen, hatte ich mir vorgenommen. Also, falls ihr euch ein Bondora, ähm, Konto, oder was heißt Konto, wenn ihr euch dort, äh, registrieren möchtet, dann erhaltet ihr über den Link in der Infobox 5 Euro. Ähm, ist halt ein, äh, Rev-Link. Und das Gute dabei ist natürlich auch, dass ihr kein, ähm, Finanz-Youtuber oder Finanz-Influencer sein müsst, um so einen Link zu bekommen. Also ihr meldet euch dort an, erhaltet die 5 Euro dann, äh, wenn ihr euch eben über einen Rev-Link anmeldet. Und dann erhält jeder, der sich dort halt angemeldet hat, auch so einen Link. Und den könnt ihr dann halt an Freunde, Familie oder sonst wen schicken. Ist auf jeden Fall eine ganz coole Sache. Ähm, und, ja, wie gesagt, würde mich auf jeden Fall freuen. Abonniert natürlich auch gerne meinen Kanal, das würde mich auch sehr freuen. Und, ja, ansonsten würde ich sagen, hören wir uns beim nächsten Video. Bis dann. Tschüss. Tschüss.